Herzlich willkommen zu einer neuen Lektion Java für Anseam.tg. Nur die Installation von Java JDK. Wir brauchen eine neue Software für die Anseam. Wir brauchen eine neue Software für den Anseams-Programm. Wir brauchen den Unimoser. Karl weiß, wo er den hier kriegt. Wir haben den Java installiert. Hier steht die Anseam-Programm. Dann ist alles gut. Wir schauen uns den Unimoser. Das ist ein spezielles Produkt. Unimoser von einem Prof geschrieben. Bob Fisch. Dann finden wir ihn noch bei unimoser.fisch.lu www.k-www. Ja, k-www-w-w, richtig. Und das haben wir jetzt schon zur Verfügung. Ja. Downloads auf der linken Seite. Ich nenne es dir. Die erste Erstellung kann es interessant sein. Wenn es uns interessiert, dann können wir die Downloads. Ja. Sie sollen denn heute werden die beste Methode. Aber die geht nicht immer. Sie geht nicht für alle Betriebssysteme. Sie geht beispielsweise nicht um Mac. Am Linux auch wird es schwierig. Am Linux auch nicht dafür. Da weiß man erst die Methode, die misst immer gut. Downloads letztes Bild, weil er Windows-Version installiert hat. Ja. Und dann einfach aufspeichern. Es wird nicht installiert. Du hast schon geschickt. Oder es war schnell. Es war schnell. Ah. Nein. Noch am Ende. Die erste Mengen. Ja. Nicht die Kostüme, die so fertig sind. Voilà. Den Eend nicht stehren. Da das, wenn wir schon eine Version hatten. Ja. Voilà. Was man machte mal da? Ich mach den auf. Ja. Das ist ein SIP. Ich hoffe, ich weiß nicht, was ich weiß, wie man da umgeht. Ein neues Firefox ist so. Haben wir noch mehr. Die kann sein So man. So, die sitzt draußen. Das ist ein SIP. Ja. Ja. Das ist ein SIP. Das ist ein SIP. Das ist ein SIP. Das ist ein SIP. Und jetzt ist das. Die braucht dann nicht zu installieren. Die geht so. Die sind so. Das ist vielleicht nicht die allerbache. Die Firmen im Desktop zu los. Nein. Aber wo immer das ist, das ist ein SIP. Der findet schon einen Platz. Ja. Und dann ist das wichtig. Ja. Und ich muss auch sehen. Ja. Ja. Da haben wir dann den Unimauser installiert. Von in der Welt. Und er lebt. Auch richtig. Das ist aber auch installiert. Und er geht. Voila. Hallo Kunt. Ja. Voila. Das war doch schon für die Mini-Lektion. Wie installieren wir den Unimauser. Ja. Voila. Dann sind wir für das nächste Jahr.